hallo meine damen und herren herzlich willkommen im internet neben mir sitzt meret becker der beat kommt mir bekannt vor i am happy i'm feeling glad i got sunshine in a bag i'm useless das ist der online teaser aufs neomagazin heute abend mit der schauspielerin tatortkommissarin und musikerin meret becker hastag der woche lautet merkel schwanger heute abend ab 22.15 in zdf neo morgen um 0 uhr 73 oder um 1 uhr 80 im hauptprogramm oder um 20.15 für euch freaks da draußen im internet in der zdf mediathek hastag merkel schwanger meret becker meret zdf neo hurz bis heute abend Applaus